Wir gucken uns als erstes das rechte Auge an. Wir achten noch mal auf die Reihe. Wird die mit diesem Glas denn jetzt hier schlechter, undeutlicher? Deutlicher. Okay, so ist also wieder etwas klarer, etwas deutlicher. Willkommen bei Rene für Augenoptik. Was kann ich Gutes für Sie tun? Jede Brille hat zwei Seiten. Eine anatomisch technische und eine modisch ästhetische. Wir bei Rene für Augenoptik beraten unsere Kunden ganzheitlich, indem wir Experten auf beiden Gebieten sind. Das anatomische Screening des Auges ist die Grundlage für eine gute Brille. Mit modernster Technik legen wir sehr viel Wert darauf, das beste Sehergebnis für unsere Kunden zu erzielen. Langeweile? Das gibt es bei Rienhöfer nicht. Wir bieten unseren Kunden immer einen modischen Mehrwert, den unsere Kunden zu schätzen wissen. Bei uns bekommen sie die Brillen, die sie woanders kaum bekommen werden. Wenn ich in der Stadt bin, mag ich es, wenn die Leute mich neugierig anschauen und ich auffalle. Gesehen und gesehen werden ist mein Motto. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber meine Schäferbrille von Rienhöfer nicht. Qualität hat eben seinen Preis und den bezahle ich bei Rienhöfer gerne. Dino für Augenoptik ist ein junges Unternehmen. 2010 haben wir unser Geschäft in Schwerte eröffnet und 2012 in Unna. Wir sind ständig für Sie auf der Suche nach den neuesten Trends, um Ihnen die aktuelle Brillenmode präsentieren zu können. Mir gefällt die persönliche Atmosphäre. Man fühlt sich unheimlich geborgen, gut aufgenommen und es wird alles ganz genau erklärt. Einfach klasse. Die zwei Seiten einer Brille haben Sie nun kennengelernt. Nun würden wir Sie gerne kennenlernen. Denn eine Brille ist nicht nur Mittel zum Zweck, denn sie steigert auch Ihre Lebensqualität. Daher unser Motto. Besser sehen. Mehr entdecken. Wissen Sie, meine nächste Brille, die würde ich wegen der guten Beratung auf jeden Fall wieder bei Rienhöfer Augenoptik kaufen. Auch blind. Wissen Sie, meine Krise. Frau äh und coagt. Finnen Sie, meine Krise haben Nu. Und ich persönlich fühlst wieder auf die Ann benötigt. Das ist nicht wahnsinnig netゲ��. Frau äh und seeks. Frau äh und schöpfe. oliere.